Raster Zäulenroda. Seit über 140 Jahren sind wir international führend, wenn es um innovative Umformtechnik geht. Mit umfassendem Know-how sind wir der Spezialist für kundenspezifische Lösungen. Unser breites Produktspektrum reicht von Ein- und Zwei-Ständerpressen über Werkzeug Probierpressen bis hin zu Stanz- und Stufenumformautomaten. Qualitätsmaschinen aus Zäulenroda haben sich vielfach bewährt und setzen Maßstäbe in Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit. Fast 60.000 unserer Maschinen sind heute weltweit im Einsatz. So unterschiedlich wie die Anforderungen in den verschiedenen Einsatzgebieten sind auch unsere Maschinen. Jedes unserer Produkte wird exakt nach den speziellen Kundenanforderungen entwickelt und hergestellt. Deshalb begleiten wir sie kompetent von der ersten Planung bis zur Inbetriebnahme vor Ort. Die große Fertigungstiefe in unserem Unternehmen erlaubt eine schnelle und flexible Fertigung von einzelnen Maschinenkomponenten. So können wir umgehend auf jeden Kundenwunsch reagieren und darüber hinaus unsere Leistungen in der Lohnfertigung anbieten. Damit das auch in Zukunft so bleibt, investieren wir viel in die Ausbildung unseres Nachwuchses und werden so auch unserer sozialen Verantwortung gerecht. Pressen- und Umformautomaten von Rasta sind langfristig eine hervorragende Investition. Unser erfahrenes Fachpersonal führt schnell und zuverlässig alle anfallenden Reparatur- und Wartungsarbeiten aus, bis hin zur kompletten Modernisierung ihrer Maschinen und Anlagen. Diesen Service bieten wir für Eigen- und auch für Fremdprodukte. Als nach neustem Stand zertifiziertes Unternehmen legen wir großen Wert auf die Einhaltung und Verbesserung unseres hohen Qualitätsstandards. Wir wollen die Zufriedenheit unserer Kunden nachhaltig sichern. Deshalb ist Qualität bei uns Chefsache. Rasta Zäulenroder – Automation und Innovation.